Also was im Sommer dann ein bisschen mehr los ist, das müssen ehrlich gesagt alle in Köln ganz hier woanders hin. Ich komme eigentlich jeden Abend hier am Feierabend. Wie ich hier jetzt denke, über die neue Herzen gewissen hast. Das finde ich aber auch nicht für die, die weniger hier kommen. Da habe ich Verständnis davon. Aber es ist halt ein Feierplatz. Ich kann es wohl nur bekommen, dass die Köln in Europa dominiert, und die gute Schritte. Und heute ist es halt eine genaue Entschnette. Also ich kann es wohl nur eine Lösung für beide Seiten. Es reicht vielen Anwohnern eben nicht. Auch die sich abends die Straßenreinigung den Platz sauber macht und die letzten Meter davor scheucht. Die Stadt die stellt deshalb heute Abend die Wehen vor, wie sie den Platz so aufbauen, weil er das eben nur geblieben und abweicht. Was immer das so heißt. Ja, verbuster ja. Aber der Bissabland, so können Sie ja die einzige in Deutschland, wo Leute gehen zum Feierabend nicht zusammenkommen. Oder es ist nur lauter, aber denke ich so schon mal an die Beispiele. Ja, überall geht man anders damit. In diesem Fall ist es ja zum Beispiel ein Hotel total angeblichst, weil Frau Blatt-Kummern, wir haben die leuchte Geschäfer, die da in der Bundesrepublik unterlaufen haben. Ja, so die Hotel sind jetzt leider nicht so gut. Die haben noch so viel ganz kreativ zu machen. Und über den Lautsprecher werden irgendwie krass die Musik aufgeschüttet. Ja, würde ich auch mal anbauen. Ja, kann auch nicht so wenig was verbracht, geht aber noch peinlich. Ja, das Ganze. Im Berliner Partys in Kreuzberg, da waren so viele, da waren so einige Katoniser-Künstler und Tatexler, die wollten für Ruhe sorgen und sind da so zu den Leuten, die nur tagsüber mit dem Fall geführt haben, da waren so viele Leute. Ja, auf dem Brüsseler Platz in Köln, Entschuldigung, ich bin auch noch mit dem Schmerz noch beschäftigt. Auf dem Brüsseler Platz in Köln, dann herrscht Krieg zwischen allen im Anrundern, wo wir entspielen und gerne eine Feierabendung betrieben. Und die Kosten, die Stauplan-Tatexler-Platz gut zu gestalten, dass das Ganze auch anders geht und mit dem Team. Das werden wir später noch in der Show. Die Stauplan-Tatexler-Platz wenn die StauplNEi apart und mit dem Tragen ist, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR